hallo und herzlich willkommen zurück zu trouble in ferris town mit dem krian lüge gut dann eben nicht mit krian dafür aber mit 100 prozent mehr giacomo auf jeden fall immer wichtig ganz neu jetzt zu 99,9 periode prozent gar frei dafür stattdessen weiterhin die chrysoukia hallo dann natürlich wie immer unser freund marvin hallo jetzt als kleines super extra die t die hallo und da wir wissen dass wenn nichts passiert gibt es ja nur eine möglichkeit der traiter sein kann dort wer dann wollte mich schon der alex ist übrigens auch dabei das stehen jaco verstehen das testen ist noch wie pairing immer kacken alter okay wie lange nach ach so übrigens ja man sieht keine minutenzeiten die sind ein bisschen geborgt alles am arsch der server sagt uns hört auf damit ich kann es einfach nicht mehr bitte hört auf deswegen wird es auch ein bisschen länger das preparing sein normalerweise warten wir mal ab ist relativ kurz bevor es los geht es tut uns leid aber es geht nicht anders genau es geht auch nichts gesagt ich habe daraus leute stoppt tötet nicht mal jemand ich habe noch was von letzter runde zum testen an ich bin traiter ich glaube da hat jemand noch aus versehen den gottmode drin gelassen ich konnte dich gar nicht in gottmode setzen das warst du selbst ich habe mich nicht in gottmode gesetzt ich kann dich nicht in den gottmode setzen ich habe jetzt einfach mal alle geantwortet und um der korrektheit halber so lange tschüss darf ich leben tata so was jetzt soll man das so laufen lassen ja lass es so laufen ist aber ganz unterhaltsam da sieht man was wir hier für peiten pleiten pech und pannen haben so viele ps auf einmal mich ja warum hast du hier angefunden bist du kreativ noch sei ich bin tot ich bin ruhig es ist so ruhig wer lebt denn noch ich lebe noch ich bin munition hier sind ganz viele leichen eine shotgun danke marvin für die shotgun das war der alex das ist der krieren der schon gefunden wurde das ist der mich ja du hast mich erschreckt teddy jetzt bist du gestorben das ist aber doof ich höre warum stehst du rum bist im filtershop ich weiß das schon kurz nehmt surprise motherfucker so jetzt dürfte ich hier jetzt auch wieder normal eine rolle zugewiesen bekommen ne ich habe festgestellt sein name ist jeff übrigens ich habe festgestellt mein name ist lutsch meine eier du hast es falsch verstanden mein name ist jeff nicht seiner mein name ist jeff mein name ist lutsch meine eier ich habe gerade für die runde nur 10 punkte bekommen ich habe ein hütchen wir können den trader tester benutzen lasst uns testen ich will zuerst nein ich will zuerst ich habe das finden auch gefunden das ist schon dritte bleibt im super steht hier rum ohne was zu tun okay du zuerst dann lass mich mal wieder ne bleibt so ne gesucht ja warum standest du grad da so um bonk ey blöde zu mich ja warum bist du schon höher ah schüsse da wird geschossen tedi hat geschossen tedi hat geschossen das heißt tedi ist traiter irgendwann machst das so farben nein das war ein traitor teste nochmal ich habe gedacht wir sollen noch einmal testen wegen dem fake na tschuldigung mein fehler okay tedi ist traiter die farben sind so schön wenn man schießt was hast du denn bitte zu dir genommen ich bin grün tedi rein tedi rein tedi rein achso tedi rein tedi rein los trau dich nebenbei wir sind zu siebt das heißt wir haben zwei traitor wir dürften haben wir einen dater ne ne drück mal drück mal aufs klöppchen drück mal aufs klöppchen drück mal aufs klöppchen das klappt nicht das geht nur wenn einer drin ist ach so stimmt dann gehe ich wieder raus krisuka gehst du mal wird eh nix bringen mischa ist grün dann jetzt noch der jaco doch das wird was bringen ich stehe hier noch einmal mit dem auf traiter stellen das ist die frage der kriyan lebt nicht mehr oder kriyan und der micha ist das ist mit krisuka genau sie kann irgendwer hallo ähm krisu steht auf dem blauen container nix kriyan ist im pinken container unten drunter durchaus ach er redet einfach nur nicht würd mich mal irgendwer aus dem traiter test da wieder raus lassen ja bin unterwegs oh also krisu krisu hat auf uns geschossen die müssen es ja beide sein ich hab daneben geschossen da raus ach schlimm es ist kriyan es ist kriyan äh mich erschließt kriyan hat mir weh getan ich hab gern getöteten er hat mir mit dem scheiß traiter testet nichts zu machen guck mal so weit oder nein ich hab micha getötet weil er mich angeschossen hat aber krisu muss ja sein ja er micha war vorallt nicht angeregt micha redet nicht mit dem ich hab eine rotze ich auch putzt ihr die nase putzt ihr die nase ich putz dir gleich mal das gesicht mit meinen fäusten da läuft der mischer da springt gerade die noch mal durch die gegend da hinten ist immer noch kriegst du da sind noch zwei infinity ist auch cool da ist irgendwie gestorben nicht gestorben ich sag doch gestolpert ich weiß es nicht es kann sein dass mich der trainer hat geschossen hat nein tanz tanz schlampe tanz ja das wirst du das hier ist überall blut das ist das kann ich gewinnt da wird zwischen den könnten das ist immer noch mischer mich als hört wieso bist du hört baby don't hurt me no more tschuldigung tschuldigung youtube sorry not sorry ich habe mich unter starkem verdacht aha kann man den trader test eigentlich bin irgendwie mit der schrotze gerade geschossen das ist krieren war dort geschossen was hast du für eine waffe jacko schweizer waffe hier ist eine leiche okay marvin das ist alles klar ich bin es nicht was hat mich auf eine waffe weil krieren ist der weg gerannt ja und weiß wie das her ist jacko springt direkt vor mich schießt jacko schießt auf mich ich musste ihn erschießen warum schießt du auf mich so mein erster schuss sind es kommt das war mein allererster schuss ich abgegeben habe ich bin nicht ich bin auch nicht traiter ich bin auch nicht raus ich musste schießen weil er auf mich und runterspringen auf mich schießt ich habe keinen getötet außer jocke ich suche mir jetzt eine andere waffe das ist mir ein bisschen heikel hallo galil falsches knöpfchen tschuldigung wo ist das chicken für die hühnchen musst du in den halb offene container gucken die in der oberen etage ich habe bei mir ist es bei mir ist es ich will es mal schnell natürlich hat sich gesehen was aber nicht ich war es aber nicht ja mein michael ist tot ist nicht gut okay die zwei leute die es kommt vor mir erst mal was wen ja den gott getötet ist ich habe kein getötet dann was miche da für mich nur gar nicht du hast recht da war einer alles klar ihr zwei seien cool ich habe gewonnen ich habe nicht daran gedacht dass unter dem scheiß lila container so ein radios ist gott damit während ich habe mich übrigens nicht getroffen ja und das war auf mich geschossen so ich war ein bisschen mich trist das zwei mit einer entfernung natürlich beabsichtigt auf jeden fall ich wollte gucken wie du reagierst ich wäre nicht ich bin immer gewesen was soll ich da machen sagen okay er schießt mich ich bin ich andere fall ich wurde dir angezeigt ja dein name ist aufgetaucht als ja weil ich das war der dich gekillt hat das was unten links steht ist immer der dich tötet und nur weil ich von da kam ich hab's nicht mal gesehen marvin kam von da auch ich habe gesucht ihr nicht mal im ansatz ich habe sie erschossen hat die waffe gewechselt hühnchen kommt öffnet die tür trete zurück ich will als erster okay gehe raus er darf zuerst ich habe das hündchen gefunden heil dem hühnchen grün alles lügen öffnet die tür das waren die da hinten ja es war aber keine silence soviel dazu ich habe nur den einschlag gehört ob wir haben erschossen also jaco alex nicht nicht mischa tedi oder chrysoukia tedi ist doch tot in der kreire noch umgeschossen mischa oder chrysoukia chrysou schießt noch nicht auf mich sie wartet darauf dass du wegguckst chrysou geht aber sehr 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 mutig da unten in die tnt höhle also ich verpiss mich hier wahrscheinlich weiß sie nicht mal dass es eine tnt höhle ist nein weiß ich auch nicht da solltest du nicht hingehen das ist eine trader falle ich meine du kannst da reingehen du findest da zeug aber andererseits ist es halt risk reward ne richtig da hinten das ist ja das ist ja das alex das jaco hinter mir ist mir schon das hat mich nicht getötet hau und da kommt tedi ne das maf tschuldigung könnte nicht mehr kommen wenn du es toll ist wieder kommen würde wer blöd er kann nicht kommen das ist ja noch ein bisschen jung ah hier gehe ich nicht hin da wurde geschossen das war ich warte alex mischa komm mal her zum trader tester was gesehen so der junge nein ich werde niemals da reingehen auch wenn ich in der bundesbevallung dass die jagd auf gesucht jetzt eröffnet da kann ich sagen ja obwohl jaco warst du ein trader test oder was ich habe mit er wurden geschossen okay das ist so schön stimmt das hatte ich gerade irgendwie verschneit lasse die spiele beginnen und werden sie mit schuldig auf dem schiff ich habe sie gefunden er hat schon mal richtig sage ich werde niemals da reingehen egal ob in oder nicht ich bin das langweilig ich finde es da gehst du hin wenn soweit du nein sagst du bist von einem abgeschossen noch wenn du bist aber den kannst du faken wir haben nur einmal und trotzdem ja ich mach's doch nicht auch wenn ich in du bin ich gehe da nicht rein sag ich dich nicht völlig egal ich hätte gern wir die schrotzen wir geben das war ganz lustig ich habe egal ich hab's hähnchen ist schon eine gali es ist eine besser war hier aber hier gehen was wir eben hatten dass du mit der scout hast du geschossen oder die wird so oft für die seien uns gehalten ja ich habe keinen schuss gehört ich habe nur das platt er ist einschlag gehört ja das hatten wir auf der b5 ja auch schon dass wir vor irgendwelchen warum gegammelt hat sind ich habe nicht gefunden da ein tester nein ich gehe nicht rein habe ich gesagt stimmt das ist mir völlig egal wenn du kann man verlieren willst du bist traiter aber das kammer verloren du hast nicht auf mich geschossen wenn er inno ist und auf dem inno schieß für die kammer hochschuss dingens er ist in der nächsten hatten wir nicht gesagt nur einmal testen ach stimmt dann nicht drücken dann war es glaube ich krisuke weil sie hat ungefähr auf den tester geschaut das ist der tedian das ist der mavi oder chackle könnte auch gewesen sein der ist da unten du hast doch nicht gesehen die du machst mir angst schüsse in die luft alex hallo wie geht es dir ich kann nicht töten hier nur gut jemand getroffen ok jaco ist es gar nicht war natürlich tot gut gemacht identifiziert habe ich doch gut gemacht er hat leute umgebracht dann ist micha oder alex was macht dich in uns sind ja nicht das ist sozusagen eine notiz für mich wenn einer für ihn beim stirbt kann ich den anderen umbringen ich gehe ganz gekonnt hier weg ich brauche erst mal eine waffe da ist alex marvin kann es nicht gewesen sollen dann ist es mich mal wenn wir gerade eben bei mir und hat weg geguckt von dahinten kurs er hat sie geworfen ist dann mit gelaufen das kann sein ich sehe den hier aber auch der sind bei mir gewesen ich bin jetzt bei den container oben drauf das ist ja und ich sehe den hier nirgends auf den container nicht ich habe mich ja ich konnte jetzt einfach mal alle container ist er vielleicht im traiter tester gute idee kann man nachgucken er ist ein traiter tester tötet es naja steht er nicht fest naja er hat eine brandnade auf mich geworfen das muss nicht sein das war das von vorn können doch marvin gewesen sein es hat gewechselt soll ich raus lassen dann sofort groß kannst du dabei also ich kann gemütlich zu gucken was er muss eigentlich nur sein ich meine zwar grün und dann rot grün du bist es alex was wieso ja weil du da anbekommen ja das heißt nichts es war ja nur eine granate also wenn mich er kommt von den listern könnt ihr aber durch betteln ich habe einen traiter getötet ich treffe es ist so ein bullshit was im bullshit das war ich war konnte ich war konflikt nur einmal drücken was macht er guckt noch mal ja und was mir alles nur und auch zweimal gedrückt ja aus dummheit ja gut er wünscht sich aber auch nur ich habe alex ist es was nur umgelegt ja gut wer steckt hier sind wir im haus marvin okay ist das krieren du hast den alex im getroffenen ja und dann darfst du noch mit oder was jetzt haben wir kann ein besser hallo mich ist übrigens nicht nur bei uns so dass man diese seltsame skins hat das habe ich gesehen ja das ist wahrscheinlich seit dem update man alles kaputt ja 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 übrigens drückt da mal diese rote hand dann gehen wir durch das ender portal das ist sehr lustig die du da siehst siehst du die nicht ich sehe die einfach nur drücken krisuki kurze anmerkung leutchen ja das mit den skins eins ist soweit ich rausfinden konnte übrigens von der collection von den homer j ultra gaming leuten ja das haben wir noch andere nicht nur die von homer j sondern auf anderen servern ist das auch so das ist eins von den addons ich bin wieder weg ich beschütze alex zu schwimmen gehen alex diese stelle ist immer so ruhig ja ich weiß nicht was machen soll durchs ender portal gehen ist langweilig auf dauer die suche geschossen oder was ich dann vor mir und muss mein gott verboten nein das nicht aber sie hätte mich alle schweigsame td hat gesucht ja umgeschossen okay das ist td ist der krieren auch noch tod toll toll die kann sich einfach jeden umbringen das ist resug ja gewesen wo kommt man eigentlich raus wenn man das ender ding benutzt die teste das doch mal und erzähle mir das dann auch man leute redet doch mit mir unterhaltet mich ich verlange entertainment ich höre nicht die ganze zeit aber wo bist du da bist du schön schock und ich lade ist du noch übrig td du kannst ein traiter test machen das ist dieses holz dinge dass wir dauernd reingehen wenn du da das hühnchen rein wirfst kannst du checken ist jemand zu checken als terror also als schräter kannst du den manipulieren du kannst einmal sagen dass die rote lampe angeht oder du kannst sagen dass die rote lampe angeht das geht aber insgesamt nur einmal kostet auch punkte oder genau das ding ist halt wenn dann einfach zweimal getestet wird dann ist ja wurscht ob du das mal manipuliert hast theoretisch nicht weil ein anderer trader könnte es auch noch mal drücken nein das geht nur einmal das so allgemein es geht allgemein nur einmal deswegen ist mich das ja so an generell traiter test da finde ich ein bisschen ja du gerade geschossen ist halt schon nicht verkehrt nur ja selbst auf der auf der minecraft b5 da mit dem leuchtturm das ding da der traiter test sobald da etwas ist gehen halt alle hin und liegen wer muss ausrasten weil du sonst als traiter gefickt ist außer sind halt beide filter am anfang da und können dann sagen ja ja der auch ein bisschen da immer noch ein neutraler hingehen was auch wieder gefährlich ist weil er könnte sein fägen ist halt schwierig ich gehe auch grundsätzlich nicht rein ist mir egal ja ist eigentlich fast was aber nicht testen oder nur frage kann ja wenn man will kann man es machen aber ich würde nie reingehen sowohl als in der als auch später nicht hätte ich so ein grün teddy bestätigst du er sagt nichts er liebt in den ziel auf mich in die wir auf mich zu ziehen das macht mehr als geschossen hast du gerade geschossen ich gehe auch testen die warum redest du mich besuch hier alex rot gelb grün aber alles er ist ein halb traiterischer erinnung für mich war das so krass war dahin geguckt ja es kann auch von weiter hinten gemacht worden sollen könnte es auch theoretisch du gewesen sein alex ich bin schon als grün getestet wird vielleicht vorher geboren ich habe jetzt zweimal gemacht bitteschön hat mir nicht eben erst das gespräch dass wir nicht aber wenn es sowieso keinen bockt ach ja du musst dich noch hinten drücken ich bin immer noch gemein dass td eben im tätershop war marvin und teddy battlen sich hier american gladiator und doch jetzt hat in die luft geschossen auch die kann auch reden mittlerweile da hinten ist marvin hallo bin hat der schlauen also mir das push to talk nein okay das getrachte dich muss ich weg alle am leben sind ja trotzdem spricht keiner richtig oh da hat er glück gehabt da hat marvin glück gehabt er kam mir grad noch mal zurück er hat sich da hochgequabelt eindeutig die disco ist nun fake gewesen nein ich kann es nicht sein ich bin bei trisukia teddy ist abgestürzt er hat nur noch 27 ich bin jetzt schon zu zweitem oder 100 du bist ja auch 100 pro traiter ja ist einfach alex fliegt jacko fliegt sei frei und man eigentlich irgendwie auf den kran ja durchs ender portal hier wurde gerade weggemacht ich habe nur einen schuss gehört ja ich habe hier eine waffe weggegeben ich dachte ich wäre weggebrochen hallo michael ja td ist tot ist nein mit was wird er umgebrochen das hörte sich an wie ein autosniper er ist weggelaufen das war nicht jaco es war irgendwer anderes davor mit jaco konnt auch nicht gewesen sein weil er schon hinter mir ich habe eine sg 552 also ich kann es nicht sein das war eine g3 sg1 abgestürzt der alex stammt das ist so chriso hat eine galile wie es ausschaut ja man könnte beim zwischennetz auch gewechselt haben können glaube ich kaum dass die das so fix hinkriegt micha ist hier micha hat micha das ist eine farmers glaube ich sah von wie aus wie eine farmers ich weiß also ich weiß dass jaco ihn nicht erschossen haben kann er stand hinter mir mit der schrotze ich stand über euch mit der schrotze das ist richtig also wir drei waren das zumindest nicht ja ich kann es auch nicht sein ich hatte eine ganz andere waffe ja das kann ja jeder behauptet das habe ich wollen auch er ist doch ein normales ach so doch ich lauf jetzt dem mischa hinterher wenn ich sterbe ist es mischa ist ein wasser immer schön sauber bleiben ob das weg stamm marvin ist es doch marvin ist es ich habe es von unten von hinten gesehen marvin war es definitiv definitiv mal wenn das über dir dass genau da hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hast du ihn erwischt nein hast du nicht alles klar micha und marvin sind micha ist tot da zieh mich da zieh mich da zieh mich dann gleich mal hier marvin erschießen ja oh nein ich renne schon mal aber er war in der letzten in der letzten lab auch nicht letzte runde traitor oder ja ich glaube das hat er das ding abgegeben stimmt ja stimmt du hast dann soll nicht erfüllt das könnte sie dann wirst du auch nicht mit sowas belohnt ich schieße mit dem jacko ich schieße mit dem jacko ich schieße mit dem jacko oh ne er hat nur auf den boden geschossen also ich hatte damit kein problem hier also ja ich muss gerade mit dem maus traiter shop traiter shop traiter shop er ist der traiter shop hey ja meine maus ich muss die ganze Zeit jetzt so machen ansatz sieht es aus als der traiter shop am anfang hatte ich einfach vor so lange zu warten bis micha was macht aber dann habe ich gedacht nee das macht die nichts mehr da kannst du ewig warten aber ich habe teddy mit der autos namen getötet bin weggegangen hat man sofort eine andere waffe geschnitten hätte schon jemand wechseln können dann ist wir haben alle schießt auf den boden der boden ist traiter konferent ob er mir ist die mischer es hört warum ist mich er hört dahin wird geschossen oder ich habe darauf geschossen wie ist das andere ich schießen nein jetzt habe ich schaden bekommen noob du hast sowieso einen schaden Marvin ich muss dich jetzt anschießen Marvin ich muss dich jetzt anschießen könnte ich mal die waffe bekommen die ich haben will geht doch hier hier hallo kriya hallo kriya hallo kriya hallo kriya hallo kriya ist confused ooo kriya oh sorry micha hallo kriya hallo kriya hallo kriya hallo kriya infinity wurde gerade angeschossen von jaco wie es aussieht oder wer ist das hier in der ecke es lebt nur noch jaco Marvin und jaj hallo kriya hollo kriya hinter dir in dir gut dann gewonnen diese runde hat der jacko dann hoffen wir ihr hattet spaß bei leute